Scheiße. Ja, ja, ja. Was glaubt man, der ist nur noch im Kreis? Bis man da wegkommt, ja. Bist man aus dem Fahrzeug. Und jede Runde auf diesem bekackten Boser da. Ja, super. Das macht ja Laune. Ja, wenn man keine Videospiele gewinnt, kommt man noch nicht voran. Nee, irgendwie nicht. Ja. Warum nicht? Wie? Ey, und ich hab das Recht, das ist die Startinsel. Das ist doch ne Feier. Nichts? Mal abliegen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist ne Feier. Mal abliegen? Ich glaube nicht. Ja, warte, ja. Mal sehen. Ich will mein Geld wieder haben. Ach nee, das hat Yoshi geklaut, ne? Ja. Du kannst mit A abwehren diesmal. Wieso das denn? Mit Z? Nicht mit A. Ja. 24! Hat einer noch ein Flüppchen für mich? Ja, mach mal. Oder Alex, mach mal die Schranktücher auf. Ich hab sonst hier auch noch. Ne, ist schon erledigt, danke. Danke. Ja, nimm trotzdem raus. Ich brauche mich noch mal eine. Danke. Wenn du dich nicht runterwirfst, ich brauche mal die Karte. Wir schaffen hier was? Ja, einfach mal. Ne, äh, irgendwas? Was war da? Besser nicht. Oh, was da? Da ist ein Item, glaube ich. Ein Spiel um Items. Oh, das fliegt gut. Item-Karussell. Zerschmettere mit dem Hammer zwei zusammengehörige Blöcke, um ein Item zu gewinnen. Äh, Itembeschreibung oder so unten. Ja, das war doch. Zuschlagen. Jedes Mal, wenn du einen Block getroffen hast, drehen sich die verbleibenden Blöcke schneller. Achte auf dein Timing. Susu ist ganz aufgeregt hier. Sie hat nur Karussell gehört. Ah, das ist Karussell. Yay. Ja, komm. Alles klar. Schön, zwei D-Items. Was willst du denn? Den darfst du nicht treffen. Hey, die Pause! Oh, hab ich noch keine Idee. Zeit läuft ab, Zeit läuft ab. Ich dachte, die soll doch zweimal. Hä? Was hab ich denn jetzt falsch gemacht? Die waren alle auf beiden. Du warst zu langsam. Du brauchst zwei Schläge um eins von diesen Items dazu bekommen. Ach so. Ich dachte, ach, alles klar. Scheiße. Das Leben ist nicht einfach, wenn man blöd ist. All gegen Yoshi. All gegen Yoshi. Yoshi gegen euch. Na, ich weiß nicht. Wenn wir jetzt sehen. Pinguin-Rennen. Pinguin-Rennen? Auch das kenn ich. Das ist richtig ätzend. Das hier ist ein 3 gegen 1 Pinguin-Rennen, weil ich, damit du deinen Fisch als erster am Ziel verfüttern kannst. Also wir machen Staffel-Lauf. Links, rechts bewegen und wieder wie eine besenkte Sau auf A rumkloppen. Wenn du zu schnell watschelst, fällst du hin und das auf A. Ja genau, nicht zu schnell. Fingere dein Tempo, wenn du ins Rutschen gerät. Das ist so ähnlich wie die Eis-Schrecke bei Mareka. Na dann. Na dann. Illus auf. Okay. Wir machen Staffel-Lauf. Ausweichen. Ach so, ich bin... Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Ach so, ab da. Ich glaube, wir sind besoffener. Oh, wie lange dauert das denn? Boah. Was mit Knackles, ich habe zuerst nicht aufgepasst. Ich gebe zu, ich habe verkackt. Scheiß Staffel-Übergabe. Oh. Hättens bremsen. Nein. Hätte ich so sicher geschafft. Müssen wir sein. Ja, wenn es mal um alle geht, dann passt er nicht auf, ne? Der Mann spielt strategisch klug. Aber ich glaube, jetzt gibt es keine Minus-Münzen mehr. Ja, ja, ja. Ich habe zehn Münzen bekommen. Ho, ho. Die Minus-Münzen nehmen wir sowieso nicht. Das kann sein. Dann war es nur im ersten, ne? Ja. Hm. Komm, Herr Schütze. Ja. Unfassbar. Jede Runde nach fünf abdrücken? Ja, weg hier. Weg hier rum, scheiß Fragezeichen. Los. Eh nix hier. Na. Ja. Komm, scheiß Bosa. Hallo, Wario. Cool. Die Yoshi. Aber, wo du jetzt bist, gibst du eine Bank. Ja, da komme ich gleich drauf. Da ist laut zu. Ne, da kann man nicht rüber, siehst du? Ja, komm, hau aus. Ja. Jawoll. Ey. Kommt man echt durch die Bezahlnummer da raus, oder wie? Glaube ja. Oder durch ein Fahrradzeichen. Oh, ist das blöd. Der hätte ja doch bezahlen müssen eben. Ne, du kannst für jemanden Münzen klauen. Ja. Das ist keine schlechte Insel. Ja, geht. Aber so kommt man ja nicht vorwärts irgendwie. Ja, ich verliere bloß massiv Münzen. Betonung auf Massen. Wie? ich glaube dieses adrücken ist fast aber auch ich habe einfach beim letzten was auch 24 gekappt und habe ich auch die pustle fix aber das cool das cool bei dieser kuba panzer schlacht kämpft hier gegen jeden wird ein spieler zweimal getroffen schreit er aus dem kampf aus bewegen gerade gerade schluss bogenschuss ziel erfassen durch drücken des z-triggers kann man ein ziel erfassen und sich gleichzeitig eine andere richtung fortbewegen der wahnsinn bei tic nein Nein! Ah! Fert ab! Bäm! Endlich mal, ey! Mist! Schicker Panzer. Ja, ein Traum von einem Panzer. Ist doch ein bisschen militärisch geworden. Oder mit dem... Ja, okay. Nur weil du erster bist. Jo. Genau. Nein! Kurz, Arty, am mal gebrieren! Nein! 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 Ja, Arty, komm! Bei Arty, da kriegst du immer 24! Ich würde nie gehen! Ja, wenn er 12 hat, ne? Nee! Ich krieg's trotzdem! Oh, war jetzt! Warte mal! Nur 20! Furchtbar, nur 20! Das reicht aber auch! So ein gesponserter Stern! Ja, gesponserter! Richtig! Bei mir! Susi, komm an, du Stuhl! Pfff! Bäm! Was? Versteckter Block? Ich glaube, es hackt, oder was? Ja, aber will mich beschweren! Astreines Comeback! Super! Yes! Ich bin letzter! Das ist ja eine Frechheit! Oh, und Affa! Und tschüss! Hey, hallo! I'm back again! Wie sauber! Ist eigentlich irgendwann da, wo der Stern ist? Nö! Ich war da bis eben! Yoshi war da gerade! Das ist ja alles! Kriecht zauber! Eifel, fast wiedergeblinkt! Einen Quatsch! Nicht! Tidin! Alle können sich's leisten! Geht nachdem, ne? Hast du das hier immer fix? Ne, ich weiß nicht genau, kann es erst später kommen, dass es mehr werden! Ja! Ja! Perfekt! Oh, was? Wettrennen! Okay! Ja, süße! Ich glaube, ich weiß, was es ist! Das ist bestimmt auch da, dass du ausrasten, ne? Ne! Ah, ja, genau! Ich weiß! Das Rennen beginnt in Kürze! Setzt auf den Teilnehmer, von dem er glaubt, dass er das Rennen gewinnen kann! Das ist Pferdrennen! Das ist ein Glückspiel! Teilnehmer, wie er bestätigen, äh, nur wenn jemand stark aussieht, hat er längst nicht gewonnen, auch scheinbare Schwächlinge können das mit dem Gewinner verteuern! Wenn man, das ist ja, dass er Pustlück ist! Das ist Pustlück! Pustlück! Das gefällt mir nicht! Eindeutig der Behinderte-Block! Na, wie kann das denn sein? Guck mal, wie schnell der aussieht! Der Behinderte-Block mit dem Pflaster hinten drauf! Den, nämlich den Behinderten-Blauen! Guck, die wollen die Bombe ohnehin haben, dann passt das ja! So, rast rein, Junge! Ich kenn dich! Ich sag doch, warum macht das diesmal noch! Guck, wer ist an, den Blauen! Einfach drücken! Also der Behinderte-Bring! Ja, ey, du beschissener Geist! Hallo! Nein, nein! Du gar nicht mehr! Ja, ja, ja! Nein, nein! Mach was! Mach was! Ich raste auf! Wer hat auf dem Behinderten-Block getippt? Wer hat auf dem Behinderten-Block getippt? Ich bin davon ausgeregt, dass der noch stolpert! Ja, ich... Mann! Und der Blaue ist der Letzte, eigentlich! Fass es nicht! Frech! Ey! Mein Geist verschwindert! Toll! Na, wie lange müssen wir uns das wieder angucken? Ja, mach hin! Hallo, es war ja wohl ein Foto-Finish, Alter! Ja, unbedingt! Foto-Finish! Ja, hallo! Für Mützen! Unpackbar! Unpackbar! Ja, toll! Brauch ich mich auch was! Na, hey! Harte Arbeit in den 20 Munzen! Uhhh! Ich bin wieder am Rennen, Baby! Mann, 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 ey! Ich bin im Arsch! Na, Mann! So, auf den Sternen! Ja, nehme ich den hier! Ja, wie kommt man hier wieder raus? Gar nicht! Fragezeichen! Da wieder! Ich muss mich mit dem Lichtzauber aufdrücken! Komm, die grüne Kröte hat nun wirklich gar nichts getan! Auf sich selbst! Achso! Joa, ich hoffe, damit dann irgendwie ein grünes Feld erreichen zu können! Tatsächlich, ne? Zwei! Siehste! Und vor allem mit dem Fragezeichen kommst du, glaube ich, auch nach links! Na, hoffen wir's mal! So, wie auch schön? Ich bin in Adrian! Nice! Magnetoscooter! Magnetoscooter, wie gut! Jawoll! Ja, die gelben Mini-Spieler sind immer die, wo man Münzen sammeln kann! Wo man nicht feste Zehnmünzen bekommt! Mhm! So! Äh, versucht mit den Magneten an eurem Fahrzeug die Münzen und die Schatztruhe zu ergreifen und in euren Team-Tresor zu befördern! Okay! Unser Team-Tresor ist rechts wahrscheinlich! Oben vorwärts bewegen, unten rückwärts bewegen, links rechts Richtung... Die Steuerung ist genauso wie bei dem Pieker-Game, wo man hinten jemanden den Ballon wegpieken musste! Das ist die gleiche Steuerung! Also, äh, Spiegel verkehrt! Also, Giga-Game, wir sagen das, dachte ich gerade irgendwie an Pokémon... Und die Säcke bringen natürlich mehr? Wo ist dein Tresor? Rechts! Wenn du das hast, rechts in diese Vorwärtskamera bringen! Genau! Achtung! Ey, Peach, warte, mach einfach, genau! Geh weg, ich muss doch schnell den Sack holen! Peach, ich fahr nach oben! Ja, und ich... Was soll ich denn machen? Hau auf, mich zu verhindern! Jetzt, hau bloß ab hier! Oh, die Truhe! Mist! Verhindere ihn dann, dass er die Truhe da wegbringt! Ja, ich versuch's, ja... Ich schaffe ihn nicht, scheiße! Yes! A3-Muffi! Zehn-Manzen, ey, leck mich im Arsch! Muffi! Lock! Frechheit ist da so eine große Frechheit! Große Frechheit! Große Frechheit! Große Frechheit! Große, große Frechheit! Die gucken dich an! Große, große Frechheit, ja! Aber hast du nichts gemacht! Echt mal wiederum viel abschlecken! Richtig! Genau! Wirklich, Suse! Also das... Wie kannst du nur müde sein? Was soll das? Warum? Er hat auf dieser Insel bringen ja die Zähnen nichts! Nee! Kriegt's aber... Tschüss! Kann ich dich noch mal ausbremsen? Er kann nur einmal füffeln! Gute Frage! Er kriegt nur noch eins! Das gleiche wie eben, ne? Ja! Okay, warte, wie ging das? A2-A! Ah, okay! Äh, Bonuspunkte für Mini-Bowser! Ja! Das ist notiert! Wenn du Mini-Bowser triffst, kriegst du von mir auch eine Hähnchen-Brandine! Geht hier Pauline, der sei nie, nein! Geht hier Pauline, der sei nie, nein! Ma... Was für ein Kackstil! Das nächste Mal lass ich's auslaufen, ne? Das nächste Mal lass ich einfach auslaufen, dann passiert wirklich nichts! Ich glaube nicht ne? Oh, du wüsst dich haben wir strafen bauen, dann ist okay! das ist ja doch das unten links dann ist diesmal nicht dass ich mal oben links ja das ist die richtige also wissen wo der krieg zauber nicht wer kommt auf die bank ja ja ich die insel nicht bank ach ja ich habe mich die brose getroffen das heißt nein das gibt es ein paar die also manche manche wiederholen sich und damit ob es so draw das mache ich Was ist denn für ne Scheiße?! Nein, 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 nein. Langweilig. Ist es auch. Ich bin doch doch gekommen, ich bin fetter, ich müsste mehr Wucht haben. Das ist so schlecht! Das ist unfassbar schlecht. Un-fucking-fassbar-fetzt. Hm. Ja, wir kriegen's jetzt gegenseitig nicht runter, so wie's aussieht. Ah komm, nein, nein, Suse! Nein! 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 Komm schon. Nicht gerade jetzt, nicht die Hand, wo der Copola ist. Voll auf die Cowleiste. Gut, für wenigstens, keine Ahnung. Das war ungemein anstrengend. Das war der Münzen-Overkill. Ah, da haben sie viele Münzen. Danke. Sauber. Etwas, ich will die vielen Münzen beschweren. Ja! Ja, 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 nein, nein, meine Hand ist nicht lecker. Komm auch, ist ganz lecker. Du kannst mal aufhören, ob ich. Du bist dran, Peach. Du bist dran, Peach. Du bist dran, Peach. Jetzt muss ich wieder mit. Ich geh einfach raus da. So, was bräuchte? Ne ganze Uhrzeit. Und Hauptsache, wenn ich noch was grünes. Natürlich. Wer hat eigentlich dieses beschissene Board ausgesucht? Du? Und ich hab dich bestätigt. Ja. Ich wollte den Zug. Ja. Ja. Space. Wir hätten aber den Zug nehmen sollen. Disco-König. Disco-König. Und ich sprich. Und ich sprich. Und ich sprich auch nicht. Das kann nur. Das ist aber doch schon zu ähnlich. Merkt euch die Übung des Vortanzers und Tanz-Dinar. Bei wenigstens einem Spieler stehen, verliert der Vortanzer. Ey! Oben, unten, links, rechts, A, B, Z. Versucht euch den gesamten Tanz zu merken, damit ihr sofort starten könnt, wenn ihr an der Reihe seid. Na dann. Nein, verdammt. Ey, was rührst du denn da rum? Null. Kann sich keiner merken. Ne, ist mir nicht aufgepasst. Oh, Yoshi, hau rein. Ey! Na, was auch mal sowieso. Ist gut gemacht. Ach, schon? Das war schon. Wenn ein Tänzer das verkackt hat. Donkey Kong won. Na toll. Auf Ahmet на Durchsage